Moin, hallo und willkommen zurück zu MyTimeAtPorsche. Ich bin hier an der Montagestation. Ich wollte mal gucken, ob ich hier noch was bauen kann, aber wir brauchen Jumbo-Reifen, Stahlhüllen, Schaltpult und einen Einzelsitz. Das muss ich mal gucken. Haben wir das denn alles hier parat? So, wir brauchen Einzelsitz, kein Problem. Brauchen wir ja nur einen. Jumbo-Reifen, wo sind die denn? Schaltpult brauchen wir. Jumbo-Reifen, hier brauchen wir zwei. Können wir nicht machen wegen dem... Ah, großartig. Stahlhüllen brauchen wir drei. Machen wir mal zehn draus. Das soll das noch fertig kriegen. Ich hoffe, das geht. Doch, müsste gehen. Stahlplatten muss ich wieder herstellen. Oha. Ähm. Was brauchen wir denn noch? Stahlplatten? Schaltpult braucht ich noch eins oder wie viel? Ich weiß es jetzt nicht. Ich stelle mal eins hier erstmal. Das geht. Ähm. So, ich glaube, wir müssen mal gucken, was ich noch brauchte. Schumbo-Reifen sind in der Arbeit. Schaltpulte bräuchte zwei. Okay. Ziehen wir hin. Mach mal noch ein Schaltpult, passt ja schon. Zwei Schaltpulte. Können wir vielleicht noch drei herstellen? Oder reicht das Material nicht? Ja, nee. Reicht nicht. Okay. Einen können wir noch herstellen. Alte Teile brauche ich wieder. So, kann ich das jetzt herstellen? Nee, die Jumbo-Reifen sind noch nicht fertig. Was brauchen die denn? Ach, die brauchen hier Herdrucksflaschen. Ja, das ist ja der Ruf. Dann nehme ich jetzt mal das mit, was ich hier habe. So, Flauschi, wir müssen nochmal zurück. Zum Museum. Ich habe mir letztes Mal alles reingebracht, aber ich habe ja noch ein bisschen was fertiggestellt. Das können wir alles noch abgeben. Jetzt brauche ich natürlich die Sachen alle aus dem Dungeon, ne? Das muss ich auch nochmal besorgen, das Zeug dann, da. Damit ich das fertig kriege. Jetzt wird hier, zack, Schlag auf Schlag, wird jetzt hier alles voll gemacht. Kann ich dich in die Mitte stellen? Da. Powerstation. Powerstone, okay. Haltestelle ist ein bisschen größer. Töf, töf. Ist auch ein bisschen größer, passt hier aber nicht hin. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich das Zeug alles noch hinstellen soll. Hier ist doch gar kein Platz mehr. Hier ist doch gar kein Platz mehr. Da geht es auch nicht hin. Da auch nicht. Kann ich das Zeug überhaupt abgeben? Das kann ich da abgeben, okay. Dann haben wir das auch weg. Das weiß ich leider nicht. Das müsste aber eigentlich auch abzugeben sein. Das kann ich hier hinbacken. Dann machen wir das hier hinten hin. Ja. Das wird jetzt ein bisschen gemischt. Achso, die Gemälde muss ich nochmal gucken. Ich habe ja noch Gemälde zu Hause. Die sind jetzt sowieso nicht so das Gelbe im Ei. Dann kann ich da ein bisschen was von abgeben. Ich weiß immer nicht, warum ich das Töf, töf hier nicht abgeben kann. Wo kann ich das denn? Kann ich das hier hinstellen? Was kommt denn eigentlich hier hin? Das würde mich mal interessieren. Da kann ich es auch nicht abgeben. Da auch nicht. Das Töf, töf ist eigentlich ein großes Töf, töf. Und kein kleines Töf, töf. Ich glaube, oben war schon voll. Ich glaube, oben ging es mehr. Da geht es sowieso nichts. Da kommt der Kran wahrscheinlich hin. Da geht es auch nicht hin. Ich bin verwirrt. Da geht es aber nicht ran, ne? Wenn es da rein geht, dann drehe ich ja mal ein Rad hier. Ne. Okay. Das sieht echt so ein bisschen aus wie so ein Spiel zu einem Kinderauto, ne? Hier oben ist noch Platz, sag mir nicht, ich muss es jetzt hier hinstellen. Ne, da geht es auch nicht hin. Okay. Wahrscheinlich hier, oder? Auch nicht. Ein paar Sachen kann man hier noch machen, aber das Autotöf kann ich nicht abgeben. Warum nicht? Die Haltestelle ging. Merkwürdig. Mal gucken, es sind noch einige Sachen, die ich noch abgeben muss. Ich verstehe nicht ganz, warum ich einige Sachen hier und andere Sachen nur da hinlegen kann und wieder andere gar nicht. Ich müsste mir die Liste, glaube ich, noch mal durchgucken. Ich habe die Liste mal nachgeschaut. Weil ich mir nicht sicher war. Ich wollte jetzt nicht Sachen produzieren und dann muss ich die nachher verkaufen, hier bei Poroli alle. Das ist ja dann auch ein bisschen doof. Vor allem wegen der Ressourcen. Weil, wie jetzt zum Beispiel, kann ich die Sachen nicht craften, weil mir die Ressourcen fehlen. Das ist ein bisschen doof. Da muss ich ein bisschen warten. Der Wasserturm und sowas kann ich, glaube ich, nicht craften. Wo soll ich stille? Weiß ich gar nicht, ob ich die machen konnte. den Ballon, den Recycler. Genau, die Lara kann ich craften. Da brauche ich noch eine Stahlplatte und zwei Lederhorn. Lederhorn müsste ich, glaube ich, noch craften können. Warte mal. Lederhorn. Ist doch hier, glaube ich, ne? Lederhorn, zwei Stück. Passt. Ne? Ja, genau. Okay. Lederhorn, Stahlhülle brauche ich nochmal. Kann ich nur noch zwei herstellen. Wow. Reicht nicht mehr. Was brauche ich denn noch für die Stahlhülle? Warte mal. Stahlplatten. Kann ich Stahlplatten neu herstellen? Oder? Nee, aber das war woanders. Hier. Stahlplatten kann ich herstellen. Machen wir mal 50 Stück. Ne, machen wir mal 100. 100 Stück gebrochen, eine Menge. Wie sieht das stromtechnisch eigentlich aus? Ach, das reicht mehr als genug drin. Okay. Kann ich Lara jetzt bauen? Nein, keine Stahlplatten. Warum sind die Stahlplatten schön alle? Achso, die habe ich gerade verbraten. Ich denke mal, hm. Kann ich das hier bauen? Auch nicht. Brauche ich überall die ganzen Firmen. Das hier kann ich auch nicht bauen. Einen Fahrstuhl kann ich... Carbon Stahl brauche ich. Carbon Stahl und eine Aufzugsteuerung. Aufzugsteuerung. Da brauche ich nicht so viel Craften. Schönen, das gibt es gar nicht. Ähm. Ist die hier drin, die Aufzugsteuerung? Ne, ich glaube, die muss ich erst bauen. Und das andere Ding war das, die Aufzugsteuerung, ne? Das war kein kleines Teil hier. Ja. Ich muss die da craften. Okay, dann gucken wir mal nach der Aufzugsteuerung. Dann muss ich wieder nach vorne blättern. Das ist ein bisschen doof, dass ich die Kapitel nicht zurückgehen kann. Jetzt muss ich echt bis nach vorne. Dann crafte ich gleich mal zwei Aufzugsteuerungen, weil ich vielleicht noch eine abgeben kann. Ich bin mir nicht sicher. Wo ist denn die Aufzugssteuerung? Ich verziehe mich am Anfang noch. Die hier. Kann ich sieben Stück bauen, ne? Zwei Stück reichen, ja, okay. Später ist das jetzt... Ah, schon ein bisschen später. Gucken wir mal. Wenn die gebaut ist, muss ich die erst mitnehmen. Das ist doof, dass ich die nicht gleich hier rausnehme. Ja, Flauschi, ich bin ja gleich da. Komm, wir reiten mal hier hin. Ist doch schon spät jetzt. So. Können wir noch knuddeln? Hast du gut gemacht dann heute, ne? Ja. Kannst du dich jetzt ausruhen? Äh, okay. Bleib hier. Ich werde mal gucken, dass ich das noch fertig gebaut kriege. Ist die Aufzugsteuerung fertig? Ne, noch nicht. Geist. Jetzt ist die Aufzugsteuerung fertig. Okay, dann nehmen wir die eine mit. Die kann ich gleich wegpacken. Und dann... Ne, warte, mein's Lager muss hier. Zack. Das mit dem Auto weiß ich nicht. Ich meine, das Tuff Tuff konnte ich abgeben. Aber vielleicht habe ich auch keinen Platz mehr. Ich weiß ja nicht genau, ob die Plätze dann blockiert sind. Aber ich kann da hinten noch was leerräumen. Das habe ich nicht gemacht. Jetzt kriege ich wieder keinen Nachschub hier. Den Recycler oder so könnte ich glaube ich auch noch abgeben, ne? Da muss ich mal gucken. Eher habe ich schon leer geäumt. Ich glaube, den Recycler konnte ich auch noch abgeben. Da muss ich aber nochmal genau schauen. So, was hatte ich denn zum Inventar? Nur noch die Sachen. Dann packe ich das mal hier hin. Achso, dann könnte ich eigentlich wieder einpflanzen. Habe ich noch genug davon? Nein, nur sieben. Warum mache ich eigentlich mal eins zu wenig? Verstehe ich nicht. Immer einen zu wenig. Hier habe ich noch. Dann lasse ich das gerade mal einen. So. Ich bin die aber kräftig dabei. Hier, da komme ich ja gar nicht hinterher. So. Weil ich hier so viele andere Dinge noch zu tun habe. Ich hätte ja gerne ein paar mehr Leute hier, die hier helfen könnten. Dann könnte man das ein bisschen aufteilen. Das wäre ein bisschen angenehmer. So. Ich könnte Akia noch rekrutieren. Aber ich muss mal gucken. Das wird wahrscheinlich eine ganze Weile dauern. So. Dann machen wir das Zeug. Gute Frage. Wo wollen wir das denn mal rein? Ich muss eigentlich mal eine große Kiste. Habe ich nicht eine große Kiste dafür? Ich muss jetzt nicht mal gucken. Ich habe doch eine große Kiste oder nicht. Kann ich das da nicht reinmachen? Kann ich dich mal nehmen? Warte mal. Und hier hinstellen. So. Und eine große Kiste habe ich nicht zufällig mit dem Inventar. Nein. Natürlich nicht. Dann müsste die hier drin sein. Lagerhaus. Da ist auch nichts drin. Hm. Hier. Kisten. 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 Ne. Wo habe ich die Kisten denn hingeworfen? Bin verwirrt. Hier habe ich die Relikte drin. Ich könnte schwören. Ich hätte noch zwei Kisten übrig. Dann muss ich noch mal eine craften hier. Wo war die denn? War die hier drin? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich hoffe, ich kann noch eine craften. Oder zwei. Oder drei. Erstmal zwei. Da sind sie nicht drin. Hier. Ja. Lagerkisten kann ich noch craften. Oh. Manganstahlwaren. Ne. Kann ich nur noch eine craften. Manganstahlwaren muss ich. Warte mal. Schmelzen. Manganstahlwaren. Mach mal 50 Stück. Okay. Die Maschinen, die laufen hier Tag und Nacht hier. Da ist echt. Bis der Arzt kommt. So kann ich jetzt einen Aufzug craften. Dass ich den mitnehmen kann. Ich muss eigentlich mal gucken, was mit den anderen Sachen auch ist. Das sind noch einige Sachen, die ich noch craften kann und muss. Den Aufzug weiß ich noch. Und, äh, warte mal, Lara geht nicht, ne? Weil mir Stahlplatten fehlen. Okay. Und Lederhorn. Aber das ist ja noch was, was ich craften kann. Das müsste ich jetzt... Carbon-Stahl fehlt. Okay. Kann ich das hier craften? Auch nichts. Hartes Aluminium fehlt mir. Oh Mann. Es fehlt echt wieder in allen Ecken. Okay. Hartes Aluminium. 50 Stück. Nehmen wir mal gleich 100. Ich hab ja das Material. Und Carbon-Stahl brauch ich auch noch mal 100 Stück. So, hab ich noch irgendwas vergessen? Weiß ich nicht. Eigentlich nicht, ne? Was läuft hier alles noch? Da ist auch noch kräftig was zum Craften unterwegs. Das kann ich auch nicht craften. Getriebe? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man das alles hier abgeben konnte. Das ist ein Hafenkran. Das ist doch schon ein bisschen Hardcore. Ich glaub, den kann ich nicht abgeben, oder? Und wenn ich ihn abgeben kann... Oh Mann. All Souls. Ne. Das ist wieder andere Sachen. Also wieder andere Sachen. Na gut. Muss ich mal gucken. So, hu. Ich hol mich erstmal ins Bett. Ich weiß nicht, ob Schatzi schon jetzt zurück ist. Emily, bist du da? Schatz? Keiner da. Okay. Hab ich die Bilder doppelt? Ja, die Steine. Aber die Steine hab ich, glaub ich, schon abgegeben. Die hab ich, ähm, zu Genüge. Da hab ich das Bild noch. Das könnte ich ja eigentlich abgeben. Das brauch ich jetzt nicht unbedingt das Mädchen hier als Gemälde. Ähm, das Inventar legen. Hab ich nur eins sogar von, wa? Man konnte aber noch mehr abgeben. Ich glaub, die Stadt hier, ne? Hab ich die doppelt? Ne, hab ich nicht, ne? Doch, die Stadt hab ich doppelt. Dann nehm ich die hier im Wohnzimmer. Sieht man eh nicht. Kann ich das Gemälde hier mitnehmen? Ja. Die Straße konnte ich, glaub ich, auch abgeben. Und das hier konnten wir, glaub ich, auch abgeben. Da, nehm ich, dass hier alles weg ist, muss ja hier nicht alles sein. Den Rest hab ich ja hier drüben noch. Ventilator. Weiß ich gar nicht, ob ich den abgeben konnte. Die Dinger muss ich eigentlich mal abnehmen. Das ist einfach zu viel. Ich hätte hier echt gern lieber ein Fenster. Das wär viel schöner eigentlich, muss ich zugeben. Ist hier eigentlich ein Fenster drin? Ne, auch nicht. Es gibt ein Haus ohne Fenster. Das find ich schon ein bisschen hardcore, muss ich zugeben. Hier oben gibt's ein Fenster. Da, aber ansonsten hier gar nix. Das ist schon ein bisschen maum, muss ich zugeben. Oh, hier hab ich noch eine Katze. Streicheltiger sozusagen. Okay, die können wir abgeben. Das kann ich noch essen. Das brauch ich noch zum Bauen. Genauso wie das hier. Was fehlt mir denn noch? Die Dinger. Und 10, hab ich schon vergessen. Achso, die Lehm. Den Lehm. Hab ich den Lehm noch? Aber ich hab, glaub ich, nicht mehr genug Geld, ne? Hab ich noch genug Geld? Gucken wir mal, gerade im Inventar. 2.800, ja, vielleicht reicht es noch. Ich bin mir nicht sicher. Hab ich den erdeten Lehm jetzt hier? Nein, hab ich immer noch nicht. Okay. Kann ich das alles aufsammeln? Ja, mit R. Und dann hauen wir das hier wieder, ach du mal, die wird ins Lager. So, Straßenlaternen auch erstmal ins Lager, weil ich noch nicht genau weiß, wohin damit. Das, das, das. Die Lampen behalte ich mal. Die muss ich noch aufbauen. Okay. Das muss ich später noch bauen. Jetzt hab ich das auch nicht hier reingeschmissen. Eigentlich müsste ich doch irgendwas craften können, oder nicht? Zurück. Gucken wir mal. Aufzugsteuerung. Ne, Carbonstahl fehlt mir 20 Stück. Das geht nicht. Lara. Fehlen mir Stahlplatten. Zwei Stück. Dann könnte ich Lara tatsächlich bauen. Schade. Ich fürchte, dann wird das so erstmal nix, wa? Die konnte ich, glaub ich, auch nicht bauen, weil mir die Jumbo-Reifen fehlen. Die Härtungsflaschen, die baue ich halt. Die sind ja noch nicht angekommen, oder? Ne, ich glaub nicht. Ne, ist keine Post da. Na gut. Dann machen wir jetzt mal Schluss für heute. Das soll erstmal reichen. Dann muss ich jetzt beim nächsten Mal nochmal gucken, was ich noch fürs Museum brauche. Und, äh, ja, fürs Museum. Und dann muss ich mal gucken, ob ich noch die Sachen fertig kriege. Morgen, Schatz. Ich bleib noch ohne liegen. Okay. Ich würd sagen, wir sind auf der nächsten Episode. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.